Themenreihe FreePWX Asterisk Teil 5.4.1 Tipps und Tricks Deutsche Sprachfiles komplett Herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Themenreihe FreePWX Asterisk. Heute geht es nochmal um die deutschen Sprachfiles, und zwar um komplette deutsche Sprachfiles. Es ist ja so, wenn man heutzutage Sprachfiles oder deutsche Sprachfiles in der FreePWX installiert hat, dann waren die nicht vollständig. Das heißt also, je nach Projekt, was man da installiert hat, also ich habe ja da zwei Möglichkeiten in meinen Videos aufgezeigt, hat man dann mal mehr oder mal weniger deutsche Übersetzungen drin. Sie sind aber auf keinen Fall vollständig. Wenn man da bestimmte Standardansagen dann hört, dann sind die oft noch auf Englisch. Das ist meistens unbefriedigend. Nun habe ich vor einigen Wochen Post bekommen vom Herrn Jonathan Franke, und der hat mir eine ganz geniale Zuarbeit geschickt. Der Herr Jonathan Franke hat nämlich die Gesamtheit aller Ansagen, aller Sprachfiles, die überhaupt in der FreePWX Asterisk enthalten sind, übersetzt. Und hat diese Übersetzungen im GitHub zur Verfügung gestellt. Ich lese mal kurz vor, was er mir schreibt. Vielen Dank für all die guten Anleitungen. Leider fehlen auch bei diesen Sprachpaketen mittlerweile diverse aktuelle Übersetzungen. So wie es aussieht, wird das Projekt auch nicht mehr weiter fortgeführt. Sieht für mich übrigens auch so aus. Daher habe ich ein kleines Programm entwickelt, das mittels ChatGPT und DeepL die offiziellen Transkripte, die von dem Asterisk-Projekt bereitgestellt werden, übersetzt und über die Google Text-to-Speech-AI in Audiodateien umwandelt. Außerdem beinhaltet das Projekt auch alle Audiodateien, die im englischen Sprachpaket in FreePWX enthalten sind, aber nicht offiziell in den Transkripten vom Asterisk-Projekt hinterlegt sind. Es sind also zu 99,9% alle Sprachdateien auf Deutsch für FreePWX verfügbar. Diese Dateien hat er also in übersetzter Form bereits auf GitHub bereitgestellt zum Download, fügt aber auch gleichzeitig dort das Programm, mit welchem er das gemacht hat, bei, so dass jeder für sich selbst, wenn sich bei FreePWX irgendwas ändern sollte, diese Übersetzung auch noch einmal vornehmen kann. Ich will Ihnen zeigen, wie Sie diese Sprachfiles downloaden können und vor allen Dingen, wie Sie diese in die FreePWX integrieren können, um diese Übersetzung dann nutzen zu können. Wenn Sie wissen möchten, wie man das macht, einfach dranbleiben. Gleich geht's weiter. Wie installiert man diese Soundfiles nun? Dazu gehen wir in der FreePWX-Verwaltungsoberfläche in Administrator und dort in Klangsprachen. So, hier in Klangsprachen geht man auf Benutzerdefinierte Sprache erstellen. Sie sehen, ich habe hier bereits eine erstellt. Sie sagen also einfach Benutzerdefinierte Sprache hinzufügen. Das ist also relativ einfach. Sie geben hier einen Sprachkürzel ein. Und das war es im Prinzip schon. Ich schaue einfach mal hier drauf. Wir gucken mal hier unter Benutzerdefinierte Sprachen. Da habe ich die ja schon angelegt. Und wir schauen uns die einfach mal an. Sie sehen also, ich habe hier die e-custom, habe ich das genannt. Das in die Bezeichnung auch nochmal rein und das war es schon. Das habe ich dann hier abgesendet und habe dann hier nochmal ein Apply-Config gemacht. Das kommt jetzt nicht, weil ich habe ja nichts verändert. So, als nächstes muss man die Soundfiles downloaden. Das heißt also, man geht auf den Link bei GitHub. Den Link, wie gesagt, wie auch alle anderen Links, die dazu notwendig sind, hinterlege ich im zugehörigen Blogbeitrag. Link zum Blogbeitrag finden Sie wie immer unter Video. Und Sie finden dann bei GitHub, auf GitHub, hier die entsprechenden drei Soundfiles, die Sie erstmal alle downloaden. Diese Soundfiles entpacken Sie und anschließend gehen Sie mit WinSCP in das Root Ihrer FreePBX und verzweigen von dort aus in Var, Lip, Asterisk und Sounds. So, hier finden Sie jetzt hier de-custom. Ja, das ist also, dieses Verzeichnis wurde erstellt, weil wir eine benutzerdefinierte Sprache angelegt haben und dieses Verzeichnis ist im Moment, wenn Sie das angelegt haben, leer. Bei mir ist es nicht leer, ich habe ja die Dateien schon reinkopiert. So, Sie brauchen jetzt nichts anderes zu tun, als die drei entpackten Zipfiles in dieses Verzeichnis kopieren. Manche Dateien darin sind doppelt, das heißt also, wenn die Frage nach dem Überschreiben dann kommt, können Sie einfach sagen, überspringen, da passiert also auch nichts. Und da kopieren Sie die Files rein. Wenn Sie in der Sprache, die Sie vorher verwendet haben, sagen wir meinetwegen hier wie bei mir de, dann Custom Files drin hatten, also eigene Sprachdateien, die Sie erstellt haben, dann nehmen Sie die einfach und kopieren Sie die ebenfalls hier in das neue Verzeichnis de-custom, ebenfalls hier in diesen Custom Ordner. Dann haben Sie die auch wieder zur Verfügung. Tja, das war eigentlich alles. Ab sofort, wenn Sie das so gemacht haben, haben Sie dann die vollständigen, kompletten deutschen Sprachpfeils zur Verfügung. Zusätzlich steht auf GitHub noch eine schriftliche Anleitung zur Verfügung. Die sehen Sie hier. Und den Link dazu, den hinterlege ich ebenfalls im zugehörigen Blogbeitrag. Und wer diese Datei oder dieses Programm zur Übersetzung selbst mal testen möchte oder verwenden möchte, dafür gibt es auch einen Link, ebenfalls auf GitHub. Auch diesen Link hinterlege ich im zugehörigen Blogbeitrag. Soviel zu den deutschen Sprachpfeils. Also spätestens ab jetzt haben wir wirklich eine hervorragende und nahezu hundertprozentige Übersetzung der Sprachpfeils und Ansagen in der FreePBX. Das hat wirklich noch gefehlt. Und nochmal vielen Dank an den Herrn Franke. Das ist eine wirklich wertvolle Zuarbeit. Wenn Sie selbst eine FreePBX haben und Probleme haben bei der Konfiguration bzw. zukünftig eine FreePBX einsetzen möchten und diese nicht selbst konfigurieren möchten, dann können Sie sich natürlich gerne an mich wenden. Ich stehe Ihnen mit meinen Dienstleistungen gern zur Verfügung. Meine Kontaktdaten finden Sie wie immer auf meiner Webseite www.kriebsch.de oder auf meiner Blogseite blog.kriebsch.de. Dort finden Sie auch Mailformulare, um per Mail mit mir Kontakt aufzunehmen. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank, Tschüss und auf Wiedersehen.